In diesem Video erklären wir dir, wie man ein Wort schreibt. Das ist die Blume. Blu-me. Die erste Silbe heißt Blu. Sie beginnt mit einem Bl. Du schreibst B-L. Blu. Der Vokal, den du hörst, ist ein U. Blu-me. Die zweite Silbe heißt Mä. Sie beginnt mit einem M. Mä. Der Vokal, den du hinten hast, schreibst du als E. Toll, dass du zugehört und mitgemacht hast. Und bis zum nächsten Mal.